Das Wort Ambiance bedeutet ja Atmosphäre, Stimmung oder aber eben auch gedämpft, wenn man es im Zusammenhang mit Ton oder Licht benutzt. Und gerade Licht spielt neben vielen anderen Einflüssen beim Film eine enorm große Rolle. Nicht nur, damit die Schauspieler etc. gut zu sehen sind, natürlich auch. Doch setzt man eben auch gerne das Licht dazu ein, bestimmte Atmosphären zu schaffen und somit beim Zuschauer jeweilige Emotionen hervorzurufen. So kann helles Licht beispielsweise Fröhlichkeit und Unbeschwertheit suggerieren. Gedämpftes Licht kann unter anderem romantisch oder ruhig wirken, wohingegen eine dunkle Ausleuchtung oft eine unangenehme, gruselige Spannung erzeugen kann. Und auch im Bezug auf Ton und Geräusche ist es dabei nicht sehr viel anders, denn Musik ist ebenfalls ein sehr großer Faktor, um Ambiance zu vermitteln. So kann zum Beispiel eine rasant orchestral gespielte Musik bedeuten, dass gleich etwas passieren wird. Oder aber auch gedankliches Chaos in einer Person herrscht, wobei ruhige Musik beispielsweise sowohl für Heiterkeit als auch Gefahr stehen kann. Ebenso wie abrupt einsetzende Stille. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und hängt selbstverständlich vom jeweiligen Kontext der eigentlichen Handlung ab.